Nein, da gibt's sowieso nichts. Gibt's nicht, dann haben wir Pesch. Dann... Na, aber, sterben können wir ja nicht. Der Panzer ist toll. Oh nein! Kill, 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 schieß drauf. Genau, der war gut. Scheiße. Zu spät. Mann, recke, 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 recke. Ich will doch eh noch. Aber alles weg, schroten, 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 schroten. Zieht auf den Kopf, was machen wir denn hier, du? Eio, frei. Einfach draufballern. Nix im Kopf. Gasflasche in die Blüten. Ich bin ziemlich ramponiert. Ja, Pinch auch. Hier drinnen, Munitionskiste bitte. Genau. Mach das Wort los. Bittchen dabei. Ah, hier gibt's was Schönes noch hier. Sorry. Medi-Effekt. Oh, hier. Oh, nein. Da drüben. Genau, Medikit kannst du mitnehmen. Hab ich. Dann nimm mit, dann passt das ja. Wir müssen das... Wir müssen das Boot jetzt los machen, die Familie los können. Okay. Also müssen wir erst mal... Gibt's hier Clowns? Warum? Ich hab grad so komisch gelacht hab gegen Clown. Aber die lachen soll ich... Das sind hier solche Wackelkopf-Zombies sind das. Hier, da unten ist er noch. Du nicht, Mann, Freund. Du nicht. Schau. Was ist denn der Scheiße? Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Hä? Wie kann man schon lang? Bin ich auch mit Behinderung oder so? Kann ich dir leider nicht beantworten. Ach so, hier. Senk die Brücke. Ruf die Horde. Mach das mal. Was ist Boot los? Von wo kommen sie? Boot ist gelöst. Keine Ahnung. Da kommt ein Trolley. Die müssen die Hotlasten überleben. Ja, ja. Was? Ist das jetzt die Horde? Lol. Komm. Die Feuer habenlos. So, das ist mein Zieher hin. Das arme Schiff. Über das Schiff drüber. Mir geht hier ganz schön die Pumpe. Kaum zu fassen. Aber näher werde ich an der Kreuzfahrt nicht kommen. Was schieß's denn du hier? Von wie? Wie weiß ich Waffe schießen? In ner großen Waffe. Wie sie... Die M249. Oh. Das ist die Handschrift vom Deep State. Etwas schön Großes. Ja. Man braucht noch sonst wie lange zum Nachladen. Weil die ist gut. Ach. Rein hier. Ja. Schnauze. Ne, hol ich mir nicht. Ich hatte Geld. Ach. Das nehme ich. Hier gibt's Katze. Ich nehme einen Sterner. Oh, da kommt was Großes. Na, das passt mir grad gut. Das Dicke kriegt's ab. Achtung. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Sonst glaube ich gleich. Ja, nein. Du siehst aus wie ein Zombie. Tut mir leid. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. nach ott. Naja. Und das auch. Naja, wer kann es sich vorstellen? Wer kann es sich vorstellen? Oh. Tja. 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 und wo kommt der große von hinten von links da ist auch fast viel nicht ist es manche manche so schreien hier kommen auch rein das ist so ein ding dabei natürlich diesmal schon rein ja los mit dem was wir kriegen können hier ja öffnen sagt was ist das besserer schuss vermag kannst du mitnehmen hier und hier drin dürfte eigentlich auch der heilungskasten wer sagt es denn das kann keiner weiß machen bitteschön jetzt johannes teuer war aber heilung hatten halt nicht mehr ab ja aber sehr teuer dies war nicht das freundlich ist mal schreit es ist doch schon durch das hier lang jetzt hier hinter und Tschüss mein Freund Nicht du Du nicht Dick auf, Dick auf, Dick auf, Dick auf, Dick auf, Zeit, Dicker Selbstgemerkt Ich gehe schon nach Schall Pauli Zombies Noch ein Tallboy, sag mal, wir müssen verarschen Weiter, wir müssen dahinter Ja, ist der Schutzraum Ja, wenn ich Oh, es gibt Gas Ja, ist aber krank Ist offen Und kein Dich nur hier, die Zombies, glaub einfach Genau Ich bin drin Hey, hier ist noch ein Zombie drin, Junge Oh, ne, abgeschlossen Ne, wenn ein Zombie drin ist, kannst du nicht abschließen Also, okay Nur mal hat ich ein Zombie mit reingeillert Sechs besondere Infizite gekillt, jawohl Ne, 24 getötete Mutationen, also besondere sind das Und sechs Und sechs, dreihundertsechstunddreißig mal die Normalen weggenubelt Ja Und ich hab noch nach 366 normale 23 spezial Ah, da hab ich ein Spezial mehr Und du hast 30 mehr Ähm, normale Zombies genockt Ah, trotzdem, scheiße Ich hab nicht mehr viel Geld Eine bessere Quote, ja, los So ausfallen wir auch nicht mehr Hm? So ausfallen wir auch nicht mehr Na, jetzt haben wir uns dran gewünscht Und jetzt die Tage Oh, scheiße Wir haben einen brutalen Boss Wir haben Düsternis Großkapitzen, Strom, Notfall, Türen, Alarme sind noch aktiv Wir haben gewalttätige Infizierte Wir haben brutale Infizierte Wir haben Schwamminfizierte Wir haben brutale Lober Und wir haben gepanzerte Tallboys Ja, Alter Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ich hab eine gute Waffe Muss noch voll sein Oh, geil Ich hab die Waffe gefunden, die mir gefällt Bestätigt Viel Glück Und die kurve ich mir auch gleich Die Handfeuerwaffe meinser, ne? Hm, die Desert Eagle Hab's ja auch Hab's ja gerade genommen Bei dir, mein Mann hat bloß 83 Und die hat 90 einen Schuss Und weiß Gott, die prügelt dir den Arschblau Musst du nur noch ein bisschen besser gemotzt werden Ich hab schon gute Motz drauf Ja, das ist auch nur zwei Besseres Halting und halt besseres Schuss Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go Weil jetzt kann ich schon Jetzt kommen wir zu Bäumen Das sind ja aggressiv Waffen Noch mehr Waffen? Äh, brauche ich nicht Hab ich ja das Dann, let's go Alter, besiege den Boss Überquere den Crow Aber fassen wir ja nicht Die Typen, die so weiß aussehen hier Die können explodieren Hab ich schon gerade gesehen Ja, sehr gut Guck mal runter hier Weil Selfie, die auch da liegen hier als Toten Ne, als Tote Ne, gut, das funktioniert nicht mehr Schade Ich mach das Ich mach das Ich hab nicht Ich hab die Krayen aufgestreckt Ich, oder? Ja Zwischen den Augen Die haben keine Augen Doch Die haben eine Klyp, die haben, ne Die haben eine Klyp, die haben, ne Die haben eine Klyp, die haben eine Klyp Und auf dem Gott Oh, oh Braker kommt Da hinten ist er Ich seh nicht Dombys auch Oh, der ist gepanzert Und bei euch schon dritt Mal verarschen Nee, scheiße Hey, warum bin ich ein paar wundet Hier wie ein bekloppt Doch schon dritt Weil eben der hier Zombies sind Da oben ist auch, äh... Ach, der schweckt den scheiß Schwampf gerade. Ja. Ist hoch down. Ja. Einer von den beiden kann mal hochhelfen. Das wird schon wieder. Du legst dich mit den Fall. Jetzt. Schon wieder down. So, ich bin da tot. Oh, wir kriegen den jetzt Blatt. Wir haben den Blatt, wir haben den Blatt. Das ist auch weg, Alter. Das ist auch weg. Ja, das ist auch weg. Oh, wow. Das sind die schlimmsten überhaupt hier. Ich bin jetzt noch in die Art Schiedsmusik. Ich bin jetzt sogar noch kein Problem gehabt. Na, wie gesagt, jetzt wird es immer schlimmer ist. Ja, immer schlimmer, 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 schlimmer. Wir hatten nachladen hier, ne? Achtung, weiter geht's hier. Hier, Waffenkiste. Das ist der Schluck, da. Nein. Nein. Ich muss berorischen. weg dich oder hier nicht trödeln, weiter voran, vorbrechen, 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 vorbrechen machen nur einen Weg frei immer weiter mir folgen, wir langen hier durch oh boy, voll gepanzert, weiter, 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 vollkommen jetzt hier lang jetzt hier lang, und und zombies platt machen, ja deshalb wurde auch die griffe in die ausgemacht hä? falschen, ach so, wie der schrank ist denn das vier schon wieder? ist Platz dann mit, komm, los, komm, weiter, 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 weiter stehe hier schau der alter was für das schon wieder ich bin da, kann das ist der lober schon wieder dort hinten oder was ja dort, ja, das geht ja, du hast du einen Dittrich nein ich bin halt keinen mehr schade weiter, 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 ja ja kam schon nach reichen Schutzraum, der ist hier wo ist rein hier? ich dachte sie würden es schaffen und dann schließe ich auf dem Boot boah ja genau hier ist ein Tolly der Glock ist kein Teich in dem man Forellen annehmen kann da unten ist das faul ich bin da ich bin da gerade ich höre zum Beispiel schnell auf gehts los hier wir müssen wir müssen hier lang was das bleibt unser kleines Geheimnis hier durch und jetzt nach oben schnauze okay jetzt nix mal weiter nach oben oh shit shit oh hier ist das Ska oooohh na nehm ich brauch's ich hab jetzt hier eine Wälder schon nicht brauche ich weiß nicht ich muss den mal angucken und stehe weiter hoch da kann man es mal ja hallo ja da ok ich war da drin ist hier ist das hier und nimmt noch Geld ne ich bleib bei meiner Waffe wird dann auch mit uns kommen hier bitte schön das war heftig das war heftig Perfekt hmm 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 und 27 Mutationen 27 und 430 du hast mehr du hast mehr gekillt als ich du hast 3 mehr ja gut weil es auch wo meine Füße lagte wie gesagt ich renne dafür durch wie gesagt ich nehm der Kinder die scheiß Zombies wenn sie mit dem Weg sind werden sie weggesplittelt die hab ich ja auch aber da bin ich geflogen Brutale oh scheiße Brutale Rika haben wir jetzt Brutale Bruiser zurücklassen Plan B das Finale sind wir jetzt schon wieder ne das Finale und wir haben brutale Stinger das heißt auf Zeug wieder total anficken aber wir haben hier einen Heilkasten so bin fertig mit dem Heilkasten dann nehm ich kurz das alles mit was haben wir hier drin oh geil ich könnte nicht ich könnte ein Farmgewehr mitnehmen oh scheiße weiss ich jetzt nicht nehm ich jetzt das Farmgewehr ja komm ich nehm das Farmgewehr so passt das das ist doch schon bald ja ich jetzt das Farmgewehr nice danke für den Schalldämpfer nimm ich brauch dich nicht so bereit ja jo oder